Aaaaaaaaaaaab So Jetzt gucken wir mal schnell in Video-Virain Weil wir spielen dann Zelda-Scrolls Hoffisch Nehm ich mal ein Bin endlich mit fertiggelernt Naja mal schauen. Da 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 was? 4 Gigabyte muss er noch runterladen. Dann gucken wir mal jetzt. Wollen wir mal schnell. Unsere Garnison hier besuchen. Aufgekloppetes Nerf. Ja. Oh die Steinharderohr. Ok. Genau. Bisschen wir mal ein Trinket. 6,5,5. Können wir gut brauchen. Die Deli. Ach das ist eigentlich vollkommen scheißegal. Wie ihr merkt, ich hab nicht wirklich Bock hier gerade. Rüstet ein Anhänger mit einem vollständigen Rüstungssatz von 630 aus. Das schmeckt heiß. Glaub ich sehen wir. Ja. Jetzt gehen wir mal runter. Komm mal schnell hier. Zuck. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mal Heatstone zocken. Was ist das hier? Einen Bogen. Könnte man eigentlich verkaufen. Ja. 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 Schotter hier. Ja. Ja. Das. Das. Was. Und dann... Ich muss schon wieder was kaufen und wieder wüsste ich nicht teilen. Na ja, was kaufen wir denn? Hose habe ich. Das Co-Stück ist. Lalalalalalalala. So. 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 2 15 19 und verdammt 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 das jetzt jetzt ok Ok. Sourcen brauchen wir immer. Das. Das. So. Was zum Entzauern suchen wir ganz gut. Jetzt packt das jetzt Angelina rum. Was wir haben noch einen? Hä? Ne. Genau. Alles falsch. 7 Stunden. Zocken wir jetzt 7 Stunden Zelda Scrolls. 2 Gigabyte noch. 10,8. Ähm ja. Was können wir sonst noch? Achso. Pflanzen pflücken. Und den ganzen anderen Scheiß machen. Also. Was haben wir gekriegt? Hä? Schaltet denn der hier nicht um? Jetzt. Raus damit. Seid sicher. Hm 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 hm. Erstmal mal verzaubern. Hier gedöhnt. Viel gibts ja hier in dem Spiel allerdings nirgends zu tun. Also. Für mich nicht. Bei U-Form find ich jetzt nicht sehr ansprechend. Schundenlang diese Mops rein. Das ist nämlich nicht. Tatbestand von Spaß. Und Ehre. Kraft und Ehre. Ja ja. Guck mich oben. Ich weiß hier Füße. Brust. Äh. Der Kopf haben ja alle. Hm. Was können wir noch machen? Hände. Handgelenke. Platten. Taillen. Rohes Tierleder brauche ich für die Scheiße. Aha. Gar nix. Gehen wir weiter. Boah. Krasse Rind über den Tisch. Hm. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Ähm. Ach. Ich krufe jetzt das hier einfach. Wie ist es gekruft? Ja. Jetzt haben wir noch. Ach. Wir haben noch ein paar. Dann krufe ich das. 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 Das ohne. So. Oh. Das kenn ich schon. Ja ja. Vorwärts zum Sieg. Du mich auch. Bauen wir irgendwas und packen das ins Auktionshaus. Gucken was da rauskommt am dunsten. Ach. Wir bauen jetzt einfach mal die Wurst hier. Mal schauen mal. Tempo und Vielseitigkeit. Naja. Mal gucken. Ob wir was dafür bekommen. öfter. Das Looks. Zum Sieg. Zum Wachen Nachdem wir Star Wars gezockt haben, haben wir noch ein bisschen in Wildstar rumgimpten, was eigentlich ein sehr cooles Game ist, finde ich persönlich. Aber leider kommt es nicht so in der Allgemeinheit ganz gut an. Mal gucken, was das Yaw-Zweet wurde, die sind so für uns bereit, in Sachen MMO. Ich denke, ich werde vielleicht sogar meinen Account ausloben lassen, Ende im Monat. Mal schauen. Tja, muss ich nur noch zocken. Was auch cool ist, ist Secret World. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen. Neuer Rechner, neues Glück. Können wir von ganz vorne anfangen und dann einfach noch ein bisschen da rumdallen. Ja, das wäre gut. Das werde ich bestimmt machen. Machen wir doch eigentlich einen ganz guten Vorplan. Für die nächsten paar Wochen. Hitman gestern war nicht so der Bringer. Muss man bestimmt alle nicht sehen. Ist nicht so meins. Das war nicht so. Das hat das Clowning gemacht. Vor allen Dingen, weil ja alle Chars, die man da bekommt, immer beim neuen Start, immer neu generiert werden. Ja. Daher. Genau. Eines werde ich vielleicht noch machen. Ich werde mit dem Intar hier mal komplett noch durchquesten, dass die alle auf 100 sind. Ja. Sonst werde ich, glaube ich, hier in WoW nicht mehr viel reisen. Reden ist... Ich bin seit Jahren nicht mehr so für mich. Auf Platz 1 in WoW. Ach, das ist ja gut geworden. Hmmm. Auch Kaffee. Nee. Das ist schon... Hör auf damit, sonst zieh ich dir die Löffeln lang. Das ist schweif... Das ist... Das ist... Kannst du da mit Händen nachwischen, vorlang zieh ich dir die? Ah ja... Ist du fertig mit deinem komischen? Siehste? So, hier ist das. Du musst denn nur mich fragen. Das ist geil, hier gibt's kein Rezept. Bla, 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 ich bin aber hier, hm, ne, das hieß ja so, vielleicht hat er deswegen kein Rezept gefunden, richtig, siehste, neun, was, 60 Minuten brauchst du dafür, guck mal hier, mit Rotwein, ne, ein großes Ciabatta, mit Parmesan und die ganzen, hier, na ja, und für mich ein Cockring. Wen willst denn du hier imponieren? Wir sind zu Hause? Wurde, den, den, doch, den Katzen imponieren? Ne, siehst gut aus. Da sind die Ohrenge dabei? Halbier. Ich denke, ich würde hier Ohrenge schreiben, ey. Das ist schon mal mit meinen Haaren. Dase, die ich kenne. Ah, 1300 noch bei AliceGott. Du siehst auch ohne Klamotten, Schönwurz. So. Auf den Kasten Bier. Der Kasten Bier wollen. Ahh jeden Tag. Und du musst doch mal wieder umkühlen. Ahem. Ah dada 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 dada. Ist ein bisschen lobe. Nur. Jeden Tag hier bloß umwelche Kräutern und weeeeeeell. Oh, hier ist es hart. man muss das sauber machen nicht gut oh es geht voran eigentlich auch halt noch weil irgendwie so hier gerade noch bei 6.5 naja wir haben uns ja jetzt wir haben zwei baum aber hier ein seegewerk an oder die linie danke so b baumwesen hier nicht mehr rumrennen durchklicken hier alles die kristalle sind irgendwie für sie nicht voll von einer Art Zeit ist Geld ab ins Optionshaus lalalalalala kristin kristin so ich hasse Schnee ich hasse ihn er gibt mir Schlorus als Schnee so hier runter auf den Baum ich weiss nicht die ist schon bei 660 5.000 4.5.0 4.4.0 4.4.0 315 314 79 kann man nur noch reinpacken 79 machen wir mal 75 77 50 so, das Befehl gibt es 50 Mauer 4,8 4,7 ja, sonst Kostalle werden nicht gerufen Ziemlich total des Seenloses Ziemlich total des Seenloses Rackenäule kennt er ja eigentlich Mal seine Arsch bewegen und mal hier alleine was machen Oh, was ist das? Wirken die Fähigkeiten und die Eigenschaften eines Anhänger Was ist das hier? Ich fuhle die jagen, das klingt Ich fuhle die jagen, das klingt Ich fuhle die jagen Ab zum Brenker Ja, so 7% Spannend Aber wie wird es gerade kalt hier? Ich fuhle die jagen Warum wird es hier nun kalt in der Ruhe Jetzt müssen wir reden So Mit dem sind wir drei und Ich fuhle die Jagen Ich fuhle die jagen Wann wird es noch mal irgendwie losschicken Meeow 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 Hab ich nicht Was für Kunden eigentlich hier Wo ist ein Herz von? Ja Stein nach der Nähe Ach, das ist gut Hier unten ist die Habe Du 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 Und themach war was ist jetzt muss der noch mal es 25 jahre und das nennt sich pitch die haben sie doch nie alle das ist ja fast das ganze geben voran schon 32 bei steam runtergeladen und jetzt noch mal 25 ja klar ich brauchst den ganzen tag um das spiel entspannen ich bin heftig nur um anzufangen ... nachzukommen Lauf habe ich glaube ich noch nie gelaufen Wo das Zeug spawnt ist, ist aber auch recherlich T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Mein Siljanka für euch auch ist am Starm Meine Siljanka besteht eigentlich mehr aus Resten Aua... bei mir gibt es's keiner Resten than Siljanka Die Hälse, äh, oh, also, steht hier die Lohre mitten in der Wand dran, also. Oh, Pokémon gedöhnt hier, macht ein bisschen viel Laune. Ich finde das Spiel, das finden wir uns hier auch schlechter gewohnt, zwar neue Features mit dazu gekriegt, aber eigentlich an sich ist der Spielspaß auf der Strecke geblieben, früher musste es da halt viel mehr für irgendwelche Sachen machen, und heute Christoph ist noch ausgeschoben, in dem Game, was traurig ist. Aber anhand von Weizen sieht man ja, dass selbst wenn sich eine Programmierfirma sagt, na, machen wir das Ganze mal umsonst, das ist nicht funktioniert. Was hast du denn jetzt? Was hast du denn jetzt? Ja? Naja? Da fehlt jetzt alles. Ungefähr mal. Redet mit mir. Alles. So, den hätten wir auch geschafft. Geben wir uns mal im Ruinen. Boah, 16 GB weit noch. Oh Gott, das will ne. Oh, dann geht das schon. Hm, 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 hm. Das muss ich. Das kann man weg, das muss man umwek. Das muss ich auch umkение. Sind wir hier irgendwie irgendwie im Ladenlutsch in drinnen? Oh, ich meine. Oh, warum hängen wir hier im Ladenlutsch in drinnen? Ja, das muss ich eben weg. Tom, geh weiter. Ich sehe auf dem Bildschirm nichts. Willst du knutschen? Oder wie? Das ist schon besser, ja. Dort kannst du aus einem kleinen Spritzer Likör reinmachen. Der Orangen liegt, glaube ich. Ganz klein! Ich bin jetzt sicher. Ganz klein! Juhu! So, die Steine brauchen wir. Das brauchen wir. Warum die Steine von HALA schon wieder hier sind? Keine Ahnung. Krassorten brauchen wir auf jeden Fall. Dann machen wir das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Das kann ich auch noch machen. Das hier. Ich meine. Das hier. Das hier. Jetzt. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt mal weg. Okay. Ich bin jetzt dabei. Und das hier. der schlachtzug wieder frei ich hab Bock drauf hast du zu viel gemacht? was ist das? was ist das? das gleichgewicht noch finden ein bisschen pfeffer also Knoblauchpfeffer würde ich nehmen achso ja hast du zu viel? nee Nacht ruhig ja bei r r Vielen Dank. 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 Irgendwann machen wir uns leicht. So, wo ist die Oidea? So, wo ist die Oidea? So, wo ist die Oidea? Wo ist die Oidea? Oidea? Fleisch aber einfach getrautend. Wie geht's denn so, mein? Rekrubos wäre... um ja zwischen er was hier nicht so viel Ich hab mir hochgedrückt. Und uns... Ähm, episches Reiden. Episches Reiden. Oh, sonst können wir nicht alles bekommen. Schwächungsmogie. Hm. Ach, in dem irgendwie hin. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Ich glaub, es geht loschen. Schnell noch was zurück in, sondern dann geht es glücklich schon fast so weit los. Mit C.M. oder so. Die Beta hab ich auch mal gezockt. Hallo. Aber, naja. Oh, jetzt nicht so der Bauna. Was ist das hier? Einig. Absaugung. Kettenheilung. Tod fasziniert. Was ist da? Oh, das ist... Das ist... ... das ist... ... mit die Oze und so. ... so, wenn die Oze und so tief in den Toren... ...hör. Ach, die werden immer... ... was am. Wollt man? Wollt man? Das ist ja komisch. So... Was ist denn da? Wie sieht der nochmals aus? Äh du... Noch mal 300 Megabreit-Methode... Wie immer spannend ist... Entschuldigung... Ich spüre, dass da Arbeit ist... Schnell mit dem müssen du machst... Ey, wie viel Zeug ich da runterladen muss? Das ist ja Wahnsinn... Das ist ja locker bei 50 Gigabreit... ...wenn wir ihn geben... Komm schon... Krass... Sind schon wieder 42 Minuten rum hier... ...und ich bin... ...hier eigentlich nur nischt sinnvolles... ...und ich hab alles in dem Spiel gemacht... ...außer irgendwelches Zeug in meinen Garnison eingesammelt... ...das ist ja mal der Hammer... Oh Mann... Achja... Ich könnte mag nicht jedenfalls Tänkel rumrennen... Irgendwo... Morgen mit baby, scheint mir headmorgen. ец пл 20... ...und rises in D null... ...looking for random 2. Hä? Sie wünschen Äh, nö Was für ein Fall? Ja, der hat's halt schwer Hat ne schwere Kind gehabt Oh, wieso? Hä? Könnte ich mir Könnte ich mir ganz gut vorstellen Dass sie das gemacht haben Oder irgendjemand ist bei denen abgesprungen Wohinne? Ja, also Das ist mir eigentlich total zittes Die irgendwo hingehen Ich bin jetzt total scheißigol Ich hoffe, ich mache das nicht Wir haben fertig Oh, jetzt geht der nochmals weg Aber ich werde betoppt So, das war wie jung Ist der? Ich bin jetzt mal Ja, das war wie jung Und jetzt Ich bin jetzt hier